Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen oder beziehungsweise nicht aus Offenhausen, sondern aus Auerbach in der Oberpfalz. Ich werde immer wieder gefragt, Mensch Martin, wenn du in die Ukraine schaust, wo ist denn dein Gott? Und auf diese Frage habe ich eine Antwort. Er ist genau hier, wo Dutzende Menschen versuchen zu helfen, so wie sie helfen können. Eben indem hier alle Spenden zusammenkommen. Man sieht die leeren Kisten im Hintergrund, die Menschen, die hier arbeiten, um die bereitstehenden Sattelzüge zu befüllen. Ein Rettungsbus steht bereit, um mit an die ukrainische Grenze zu fahren. Wo ist dein Gott, Martin? Mein Gott, der ist hier. Mein Gott ist mit den Familien in der Ukraine, der Grenze. Mit den Familien, die hier täglich ankommen. Und mit den Familien, die voneinander Abschied nehmen mussten. Mein Gott ist bei all den Menschen, die sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten einsetzen für Frieden und Hoffnung und Liebe in dieser Welt. Da ist mein Gott. Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren. Als Zeichen der Liebe für diese Welt. Freiheit ist nicht nur ein Wort. Freiheit, das sind Worte und Taten. Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig. Als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. In diesem Sinne seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin. Und eure Ann-Sophie. Eure Pfarrer in Offenhausen. Woo-Hin. Ein Wort. Da. Da.